Nun gequatscht, Bühne frei für Sarah Kola. Vielen Dank. Ja, Technik, ne? Wenn man die Erste ist, dann funktioniert nix. Ah, er ist schuld. Okay, ich habe ein... Ich stelle euch heute meine Masterarbeit vor. Ich muss auch direkt dazu sagen, Mehrwert... Naja, ich mache halt irgendwas mit Medien. Das heißt, Krebs heilen kann ich nicht. Direkt vorweg. Aber ich kann erklären, warum ihr euch so verhaltet, wie ihr euch verhaltet. Nämlich zum Beispiel, wenn ihr etwas sehr, sehr Wichtiges tun müsst und stattdessen etwas anderes macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ziemlich viele von euch sich da drinnen wiedererkennen. Der Fachbegriff für so ein Aufschiebeverhalten lautet Prokrastination. Besonders betroffen sind Studenten, weil zu viel freie Zeit. Und so gesehen könnte man meinen Titel dieses Vortrages Facebook statt Hausarbeit Prokrastination im studentischen Kontext auch Titel mit Das merkwürdige Aufschiebeverhalten geschlechtsreifer Studenten zur Prüfungszeit. Geschlechtsreifer hat ehrlich gesagt überhaupt nichts mit meiner Arbeit zu tun gehabt, aber es passt ja hier gerade so schön. Worum geht's? Wir spielen das ein paar Mal heute Abend durch. Also stellt euch vor, ihr müsst etwas total Wichtiges machen. Für die Uni. Hausarbeit. Klausurlern, Referat vorbereiten, Texte lesen für die nächste Seminarsitzung und setzt euch dann morgens hin und seid hochmotiviert und stellt dann irgendwie fest, ja, irgendwie verstehe ich gerade überhaupt nichts und Lust habe ich wirklich auch nicht. Und dieser Schreibtisch, der sieht ja wirklich furchtbar aus. Und was passiert dann? Dann fangt ihr nämlich an aufzuschieben. Das bedeutet, erst mal Facebook checken. Kann ja sein, dass irgendwie was Wichtiges irgendwie über Nacht passiert ist, das muss man ja erst mal erklären. Oder Fernsehen gucken, ganz beliebt, noch mit Dschungelkämpfen. Oder DVDs, Serien, ganz beliebt, noch mal irgendwie alle Filmstaffel vom Breaking Bad aufarbeiten, weil kann ja was verpasst haben. Oder lesen, machen tatsächlich noch ein paar, das ist so ein bisschen oldschool, das kennt man nicht, aber egal. Facebook checken. Kann ja passiert sein, dass in der letzten Stunde irgendwas Wichtiges verpasst worden ist. Oder alte Schulfreunde wiederfinden, wenn man schon dabei ist. Und sich darüber lustig machen. Online-Spiele zocken. Sehr beliebt. Oder Musik hören, macht man ja auch noch ab und zu. Facebook checken. Kann ja sein, dass wieder was passiert ist. Schlafen. Das Powernap für zwischendurch. Eine Stunde reicht nicht aus. Telefonieren. Auch oldschool. Das Telefon ist übrigens echt und funktioniert. Oder Sicherheit mit Freunden auf ein oder zwei Bier treffen. Ja. Und dann sitzt sie abends dann da und überlegt, was habe ich heute den ganzen Tag eigentlich geschafft. Und die Antwort ist gar nichts. Und das ist doch eigentlich merkwürdig. Weil man muss ja auch dazu sagen, wir haben uns doch letztendlich freiwillig für unser Studium entschieden. Das heißt, man kann sagen, Interesse und Lehrmotivation ist prinzipiell vorhanden. Aber im Hintergrund turnt halt die Prokrastination nach oben und macht uns einen dicken Strich durch die Rechnung. Jetzt habe ich mich in meiner Masse aber viele Fragen natürlich gefragt. Zwei stelle ich euch heute Abend vor. Das eine ist, warum ist es eigentlich so schwer, mit dem Prokrastinieren aufzuhören? Und das andere, kann das sein, dass das sogar Spaß macht? Gut, als Sozialwissenschaftlerin braucht man natürlich eine anständige Theorie. Ich bin erfündig geworden bei Leon Festinger. Der hat eine wunderbare Theorie geschrieben, die Theorie der kognitiven Dissonanz, die besagt in Kurzform, dass der Mensch bestrebt ist, eine Konsistenz zwischen seinen Kognitionen zu bewahren. Was ist eine Kognition, fragt ihr zu Recht? Ja, das sind halt alle Kenntnisse, Meinungen, Überzeugungen, Einstellungen, die ihr gerne von euch und eurem Verhalten und auch von eurer Umwelt haben wollt. Das heißt, ihr verhaltet euch so, wie ihr es auch von euch erwartet. Wenn das nicht gegeben ist, dann entsteht kognitive Dissonanz und die empfinden wir als sehr unangenehm. Da kann man sagen, das kann auch schon ein schlechtes Gewissen sein. Dissonanz ist also prinzipiell doof. Es gibt dafür aber auch eine Lösung, das ist das Schöne an dieser Theorie, wir müssen einfach diese Dissonanz auflösen. Wir spielen das jetzt einmal durch. Also, Kognition A ist zum Beispiel sowas wie, ich will eine fleißige Studentin sein. Kognition B ist aber, ich habe gerade überhaupt keinen Buch, diesen Text zu lesen. Problem, das passt nicht zueinander, da entsteht kognitive Dissonanz. Wie löse ich das jetzt auf? Möglichkeit A, naja, ich lese halt den Text. Dissonanz aufgelöst. Ist ja nicht so charmant jetzt für den Vortrag. Aber Dissonanz aufgelöst. Möglichkeit B, ich beschließe, ich will überhaupt keine fleißige Studentin sein. Das heißt, dann kann ich eh machen, was ich möchte. Auch eine Möglichkeit. Oder Möglichkeit C, und das ist meine favorisierte, ich beschließe, eine Art Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Koalitionen, die erklärt, warum es gerade völlig in Ordnung ist, dass ich überhaupt keinen Bock habe, diesen Text zu lesen. Quasi eine Legitimation. Das kann dann zum Beispiel so etwas sein wie, abends konnte ich sowieso noch nie vernünftig Texte lesen. Und in dem Moment, in dem ihr diese dritte Kognition hinzugefügt habt, könnt ihr auch wieder alles machen, was ihr wollt. Dann könnt ihr auch wieder schlafen, telefonieren, DVDs gucken oder was immer euch euer Begehr ist. Putzen ist ja auch so sehr beliebt. Ja, meine Wohnung war sehr sauber, als ich diese habe geschrieben habe. Das bedeutet aber auch, und das wird euch nicht gefallen, dass es während der Prokrastination Prokrastinierenden gut geht. Und ich höre ein leises Raunen im Publikum, da zischte jemand schon hier vorne so, das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, als wenn ich nur daran denke, was ich irgendwie alles hätte tun sollen. Das kann ich nicht sagen. Doch, 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 das ist so sehr wohl so. Und zwar, woran liegt das? Naja, weil ihr euch selber erwischt habt, dass ihr etwas tut, was ihr eigentlich gar nicht tun solltet. Dann stellt ihr fest, ich will eigentlich die fleißige Studentin sein, aber ich hänge noch immer auf Facebook rum. Und da entsteht kognitive Dissonanz. Das passt nicht zueinander. Ja, aber ich kann das ja wieder auflösen. Ich habe 400 Leute befragt, welche Legitimationen verwendet werden, wie man diese Dissonanz noch weiter auflöst, ein bisschen gefuschelt. Da waren zum Beispiel unter anderem dabei, dass 61% gesagt haben, ich kann ja sowieso nur unter Druck arbeiten. 61%! Oder auch immer wieder sehr schön, im Notfall mache ich heute eine Nachtschicht. Oder ich habe ja noch Zeit. Oder meine Lieblingserklärung auch zum Aufschieben von diversen Science-Slam-Vorträgen. Morgen fange ich einfach richtig an. Aber versprochen. So, zwei Fragen hatte ich einfangs gestellt. Das eine ist, macht Prokrastination Spaß? Ja! Leider. Wir lösen hier die Dissonanz auf. Das heißt, in dem Moment geht es uns sehr gut. Das heißt, Prokrastination macht tatsächlich Spaß. Die andere Frage war, warum ist es so schwer, mit dem Prokrastinieren aufzuhören? Naja, das ist halt ein Teufelskrass. Ihr kommt da nicht so schnell raus. Ihr habt immer eine kognitive Dissonanz, die löst ihr auf. Dann habt ihr diesen Awareness-Effekt, wie ich ihn genannt habe, und stellt ihr wieder fest. Und verdammt, ich bin schon wieder auf Facebook, kognitive Dissonanz im Schildtag, die löst ihr wieder auf. Dann kommt ihr erstmal so nicht raus. Eigentlich. Weil es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die ihr Prokrastination langfristig abstellen könnt. Ihr müsst einfach das tun, was ihr tun solltet. Ich weiß, das ist nicht schön, aber es ist tatsächlich der Weg. Dieser Awareness-Effekt, das ist doch eigentlich das Fieseste. Wenn der nicht wäre, wir würden einfach Ewigkeiten im Kreislauf der Prokrastination uns fortbewegen. Und uns würde es wunderbar geben. Und das Schöne ist, man kann den relativ schnell auch irgendwie herstellen. Denkt mal jetzt an euch selber. An eure Situation. Wer in den letzten Stunden, Wochen, Monate, Tage, Jahre, hoffentlich nicht, wer sollte denn eigentlich jetzt irgendwie Klausur, Vorbereitung, Referate, Seminare, Steuererklärung, Zahnarztbesuch? Wer von euch würde denn dieser Aussage zustimmen? Ich bin hier beim Science-Land, aber eigentlich habe ich wichtige Dinge zu erleben. Ja, ich prokrastiniere gerade. Und jetzt einmal Hand hoch. Ja, das gefällt mir. Traut euch ruhig. Das ist nicht schön, ich weiß. Voller Lotte erwischt. Ich meine, ich sollte ja eigentlich auch was sehr Wichtiges, aber ja, okay. Jetzt ist es natürlich blöd, ihr habt jetzt kognitive Dissonanz. Das klingt sich total blöd an, ein bisschen schlechtes Gewissen. Ach, verdammt, ja, hat sie mich erwischt. Und das muss ich ja auflösen, indem ich sage, nein, jetzt habe ich Blackout gedrückt, das wollte ich gar nicht. Das ist nämlich total richtig, dass ihr hier seid, denn soziale Kontakte müssen ja auch gepflegt werden. Und so trifft man Freunde wieder. Und man sollte auch regelmäßig seinen wissenschaftlichen und kulturellen Horizont erweitern. Und im Notfall macht ihr halt ein Nachtschicht oder fangt morgen richtig an. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank.